Na gut, können wir rausgehen aus diesem Ding und neuem Shop, Fallautomatik. Was? Na super, der hat echt Pech, da rette ich den, der hatte auch was im Auge, so. Okay, da kann man jetzt eigentlich quasi ja zu dem, zu dem Dam gehen oder fahren oder laufen. Will ich da hinfahren oder will ich da hinlaufen? Alternativ können wir natürlich auch mit dem Jetski fahren. Oder mit diesem Merk. Bums! Hey, zumal. So. Zack, tot. So, jetzt kann ich mir noch jedes Menge mitnehmen. Aber ich denke, ich lasse mal sein. Na gut. So, da unten liegt schon das, was ich suche. Wollen wir schnell nachladen hier. Ich bin da drauf. Fahren, ne? Grundausbildung für Küper. Naja. So, ich denke, das ist selbsterklärend. Mit C kann ich den Sitz wechseln, was total sinnlos ist beim Jetski. Und jetzt, los geht's. Da werden wir gesehen. Können wir um uns gar nichts. Wow, das können wir uns schon was, wenn wir hier öffnen schießen. Ich glaube, bin ich gerade über den Krikotier gefahren. Schaut zumindest so aus. Genau, noch eins. So, wo muss ich eigentlich hin? So, jetzt muss ich mich also immer rechts halten. Boah. Der Fernseher unten. Zack. Das hat sich gelohnt. Ich kriege da immer so ein bisschen Schiss. Weil ich immer denke, dass da hin und irgendein Vieh kommt. Weil die Krokodil, die greift mir nicht einfach was an. Sondern da wird mir ja recht angefallen. Was immer total blöde ist. Ach komm, hör auf. Mann, was machst du denn hier? Hallo? So. Ohne das Wasserreservor wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Missionsziel C4000 beschaffen. Hä? Als ich geladen hab, das... Was? Du hast das Missionsgebiet... Was? Hä? Was willst du? Tja, liebe Leute. Ich hab das Missionsgebiet verlassen. Verdammt ist der Groß. Jede Einrichtung hat ihre eigenen Generatoren. Aber ohne den Damm kann Sloan sie nicht lange bei voller Kraft am Laufen halten. Dann wird es Zeit für ein Feuerwerk. Okay. Ich sende Koordinaten zu genügend C4000, um den Damm zu sprengen. Ohne das Wasserreservor wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Missionsziel C4000 beschaffen. Was ich sagen wollte vorhin, bevor ich leider das Gebiet verlassen habe. Und zwar, als ich hier geladen hab, das Spiel... Ja. Da wurde mir ja angezeigt, und zwar C4000, was wir jetzt suchen müssen, ist wie C4, nur mit mehr Nullen. Da ist es ja schon. Doc, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Genau wie damals, als Sie mich und mein Team in Quebec retten wollten und die Nuklearreaktoren der Hydrofabrik überhetzten. Ich... Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Erschießung erinnern. Meine Kindheit. Meine Eltern. Der zweite Vietnamkrieg. Tut mir leid. Viel Glück, Max. Wir zählen darauf, dass Sie uns wieder retten. Okay, da ist eine Schwachstelle. Hier unten sieht es aus wie eine Schwachstelle. So, jetzt gucken wir erstmal, wo hier vielleicht... Da hinten... Ist noch ein... Irgendwas? Was ist das? Ein Tiger? So, wo ist denn der Typ hin? Hier ist auf jeden Fall erstmal der. Und den können wir euch sagen, einfach mal so... Ausgleichen. Penis, Nase. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Boah, der war knapp. Hm, jetzt haben wir natürlich ein bisschen... Blöd. So. Ruft ein Sani, dann kann ich den auch töten. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Sag mal... Ganz knapp. Einer weniger. Die Scharfschützen wollen wir natürlich ganz schön suchen. So, Headshot. So, Headshot. So, neuer? Ne. Der ist auch hinüber. Ja gut, das war nicht so geplant. Ich dachte, ich schieße den mal ab. Aber es wird schon keiner hören. Dass sie natürlich aber sofort gleich wissen, wo wir sind. Wo wir sind. Unglaublich. Wow. War ich den getroffen? Sieht so aus, hä? Ruige Handkill. Da unten ist noch einer. Der ist auch hinüber. So, ich muss mal auf mich zu beschießen. Ein Scharfschütz nach dem anderen hier. So, wo sieht mich denn da noch einer? Oder anders ausgedrückt. Wo ist denn da noch einer? Da hinten. Wopala, wo kommst du denn her? Ich glaube, der hat auch ein Friseur-Termin verfassen. Ich glaube, der hat auch ein Friseur-Termin verfassen. Robo-Hunde können Sie riechen, selbst wenn sie getarnt sind. Benutzen Sie Würfel, um die Robo-Hunde von ihrer Position fortzulocken. Da hinten sehe ich bloß noch einen Hund. Ich kann mich aber auch täuschen. Auf der anderen Seite. Da die eh schon wissen, dass ich da bin. Und Geld. So, hier irgendwas Interessantes. Sieht nicht so aus. Oh, hier ist ein Alarm. Wo war der? Ist der da oben? Hm, komisch. So, hier tun wir jetzt erstmal ein bisschen Sprengstoff ran. Du wirst platzen vor Freude. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Nein, Glück. Jetzt bauen die auch Strukturfehler in so ein Kraftwerk ein oder so ein Damm. Das kann ja nie gut gehen. So, das ist oben so ein Vieh. Und tschüss. So, brav mein Hundi. Ja, super. Mal kurz gestreichelt. Ah, hier war ein Alarm. Aber der ist schon ausgelöst leider. Naja. Was soll's. Kann man nichts machen. Ich bin hier auch klar. Nee. So, wie komme ich jetzt so hoch? Ah, hier gibt es eine Treppe. Genau das habe ich doch gesucht. Munition. Und jetzt. So, Medizin. Geld. Nett, nett. Uh, nee. Schwere, feindliche Flammenwerke. Waaah. Waaah. So, nee, halt. Ah. Das habe ich gesucht. Waaah. Du bist du. Hehehe. Du bist tot. Sehr schön. Uh, wie ja fast. Der Hedgef hat fast Schiss gekriegt. So. Was gibt's hier? Munition will noch nie mehr. Äh, okay. Aber nichts geht gegen eine gute Portion C4. Was ist das? Molotow. Oh yes. Molotox. Plopp. Ein Plopp. Auch schön. So, gib mir dein Herz. Ich liebe diesen Scheiß. Ja, unbedingt. 关 três Loatt. Waaah. 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 Vielen Dank.